Da können wir zumindest sagen, wir haben es versucht. Und das hier ist das, woraus sich die Bonaventuras ihren Traum formen. Eiscreme italienischer Art aus eigener Herstellung. 2011 eröffneten sie in Los Angeles ihre erste Eisdiele. Die Idee dazu kam ihnen auf einer USA-Reise. Wir waren oft hier im Urlaub gewesen in Kalifornien und haben immer gedacht, was könnten wir machen, hier wäre doch klasse, es zu leben. Dann haben sie aufgefallen, wir mögen auch gerne Eis. Hier gibt es kaum Eisdiele oder richtig gute, so wie wir in Deutschland kennen. Und da haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch eine Möglichkeit. Einer aus meiner Familie hat eine Eisdiele in Italien, Gastronomie kannten wir. So war die Basis erstmal gefunden. Stefanie und Alessandro, beide gelernte Hotelkaufleute. Ihre Herzen schlagen für die Gastronomie. Und so nimmt die Idee von der eigenen Eisdiele konkrete Formen an. Ich bin nach Italien gegangen, da gibt es sogenannte Eisschulen. Gelato Universities, wie sie sich nennen. Und habe mich dort trainieren lassen und schulen lassen. Und dann sind wir mit diesem Wissen, sie kommt aus dem Marketing, hat den Businessplan mit aufgebaut. Und so kam eins zum anderen. Irgendwann musste man entscheiden, machen wir es, machen wir es nicht. Und dann musste man wirklich den Mut zusammenbringen und sagen, okay, jetzt musst du diesen Schritt auch wagen. Die beiden setzen alles auf eine Karte. Allein die Spezial-Eismaschine kostet 25.000 Dollar. Ihre Ersparnisse reichen glücklicherweise als Startkapital aus. Sie suchen einen geeigneten Standort für ihre Gelato-Lounge und legen los. Und das mit dem damals gerade erst geborenen Matteo. Ich habe vorne hier in den Laden gemobbt, Matteo ist hinten eingeschlafen, das Kindchen dann rüber ins Bett getrankt. Zum Schluss schläft der gut und hat da keinen Schaden von genommen. Aber es sind schon alle Sachen, wo du jetzt nur zurückdenkst. Ich denke so, oh mein Gott, wir haben wirklich von Null angefangen. Die Arbeit zahlt sich aus. Inzwischen verkaufen die Bonaventuras ihr Eis nicht mehr nur in ihrer Eisdiele, sondern beliefern diverse Restaurants im Umkreis. Die Lieferung heute? Der Kunde hat ungefähr eine Variation von 10, 12 verschiedenen Eissorten, die auch immer wechseln. Und hat heute, ich glaube wir haben so 10, 12 Einsätze, Pants hat er bestellt. Und da ist dabei Stracciatella, da ist Mint Chocolate Chip, Kit Kat Eis, Espresso, Pasorbes sind dabei, Fruchtflavors. Ihre Freunde und Familie vermissen der 42-jährige Alessandro und die 37-jährige Stefanie schon, sagen sie. Und ein wenig auch das deftige deutsche Essen. Aber zurück nach Frankfurt, das wollen beide auf absehbare Zeit nicht. Zu viel Spaß macht es ihnen, ihr eigenes kleines Unternehmen zu haben. Erst recht, wo ihr Geschäft derart floriert. Erst vor kurzem haben die beiden ihre zweite Eisfiliale eröffnet. Und das in einer sehr beliebten Lage in Los Angeles. Manhattan Beach ist super bekannt. Es gibt eigentlich eine der wenigen Lauflagen, die man hier in Los Angeles hat. Ansonsten fährt man ja immer nur. Aber hier ist ein Restaurant neben dem anderen und es geht direkt runter zum Strand. Gerade in den Sommermonaten ist hier super viel los. Also es ist schon richtig, richtig, richtig super Location hier. Und das ist schon richtig, richtig. Und das ist schon richtig. Und das ist schon richtig. Und das ist schon richtig.